Musik Das Jahr nähert sich dem Ende zu und heute schauen wir nochmal zurück auf das Jahr 2021. Das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen des Bodenschutzes. Bei jeder einzelnen Landtagssitzung bringen die Grünen daher Anträge zum Bodenschutz ein. Unter anderem sollen weitere Shoppingcenter beim Kreisverkehr verboten, Parkplätze unter die Erde gebaut oder Güterwege nicht mit Asphaltbruch versiegelt werden. Im Juni startet begleitend die Bodenschutzkampagne Naturstadt Beton, die in insgesamt sechs Gemeinden, darunter auf der Inform in Oberwart, Bewusstsein über den Wert des Bodens schaffen soll. Der erste Erfolg zeigt sich nun bei der Landesregierung. Bodenversiegelung wird als ernsthafte Gefahr wahrgenommen. Nur bei der Umsetzung harpert es noch, da werden die Grünen weiter Druck machen. Zusätzlich zur Versiegelung bedroht die Ecke aber auch noch eine fehlgeleitete Photovoltaik-Offensive der Energie Burgenland mit Rückendeckung der Landesregierung. Statt zuerst auf Dächer und belastete Flächen wie Parkplätzen plant der Landesenergieversorger 1.440 Hektar Ackerboden für Solarparks zu vernichten. Der Landeshauptmann will damit schon 2030 klimaneutral werden. Das wird nicht gelingen, ist doch der Verkehr und nicht die Stromproduktion im Burgenland hauptverantwortlich für die CO2-Bilanz des Landes. Auf diese Verwechslung machen die Grünen immer wieder aufmerksam. Bislang bleibt der Landeshauptmann allerdings stur. Der grüne Druck zeigt mittlerweile in den Gemeinden aber erste Wirkung. In Neusiedl am See etwa wird eine Widmung für PV-Freifläche erst genehmigt, wenn zuerst alle Dach- und versiegelten Flächen bestückt sind. Ausgerechnet im Naturschutzgebiet soll in Gols ein Krankenhaus errichtet werden, das dann natürlich auch den letzten unverbauten Blick aufs Naturschutzgebiet wegnimmt. Zwei Gutachten von den Grünen haben aber ergeben, so geht's nicht. Das Gutachten des Naturschutzexperten Kurt Nadler sagt ganz klar, Der Standort Golser Wiesecker ist völlig ungeeignet. Es handelt sich um Natura 2000-Gebiet und die letzten zwei Kilometer unverbauter Fläche zwischen Pandorf und Mönchhof. Sowohl die Landschaft als auch die Tierwelt würden massiv darunter leiden. Aber auch aus rechtlicher Sicht ist der Standort völlig ungeeignet. Umweltanwalt Heinrich Warner stellt fest, dass der Standort in Gols den eigenen Gesetzen des Landes widerspricht. Krankenhäuser dürfen demnach nur in Pandorf, Kitzsee, Frauenkirchen oder in der Bezirkshauptstadt Neusiedl am See errichtet werden. Genau dort, das haben die Grünen in einer parlamentarischen Anfrage herausgefunden, besitzt das Landburgenland bereits ein geeignetes Grundstück, nämlich am sogenannten Predium hinter dem Technologiezentrum. Wird hier gebaut, spart das Land außerdem Millionen Euro an Steuergeld. Das Weltkulturerbe Neusiedler See ist aber nicht nur in Gols in großer Gefahr, sondern auch in Ferturakos, dort wo der Viktor Orbán sein riesengroßes Bauprojekt plant. Darum sind damals dann die ungarischen Grünen mit den europäischen Grünen und natürlich unsere burgenländischen Grünen zusammengetan, um dieses Projekt etwas zu verkleinern. 1000 Parkplätze, Yachthafen, Vergnügungspark und mehrere Hotels. Was in Ferturakos geplant ist, droht zu einer Naturschutzkatastrophe zu werden. Die Grünen vernetzen sich also mit ihren ungarischen Freunden, um herauszufinden, wie aus dem Megaprojekt ein naturverträgliches Freizeitidyl werden kann. Zwei Lockdowns verhindern ein persönliches Treffen. Man trifft sich also zunächst online, bevor es zu einem gemeinsamen Auftritt mit dem EU-Parlamentsabgeordneten Tom Weitz kommt. Eine Petition von über 19.000 Menschen liegt nun im EU-Parlament mit dem Ziel, Druck auf die EU-Kommission auszuüben, denn rechtlich sind alle Möglichkeiten bereits ausgeschöpft. Das Ökosystem des Sees wird aber nicht nur durch Ferturakos bedroht, auch im Burgenland ist der Seeblick begehrt. Die Grünen verlangen daher verbindliche Baurichtlinien rund um Seehofer. Schließlich hat sogar die UNESCO die Verbauung kritisiert. Die Burgenländischen Grünen und natürlich, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht es euch gut, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Baba!